... dass es irgendwie noch machbar sein müsste. Eigentlich... Warum können die Magie benutzen? Sie sind beide keine Lucis. In FF13 hieß es, nur Lucis können Magie verwenden. Nein, ich hab... ...ne Mission. Eine Riesenmission. Holy shit, was war das? Egal was es war. Wie viel Energie hat der? Was? Er hat noch 14.668. Wäre ich in den Sohr reingerannt, hätte er 156.000 gehabt. Also. Aha. Aha. Dann mach ich's mal so. Ah. Heilt euch. Gut. Kann's sein, dass ich mein Leben nicht mehr vollständig heilen kann? Das wäre nicht so gut. Oh nein. Nein. Holy. Holy. Nein, nein, nein. Nein. Noe. 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 Wisst ihr, dass dieser Typ mir langsam auf den Senkel geht? Das wieder? Das wieder? Oh ja, Phoenix-Federn sind sehr hilfreich. Okay, ich bleib bei der Taktik. Ach, warte mal, wie viel hat er noch? 9.574, heilige Scheiße. 10.574, heilige Scheiße. Komm schon. 10.574, heilige Scheiße. Na? Bäm, was war das? So, und jetzt? Jetzt gibts auf die Bresche. Egal, was du machst. Na? Na, auf geht's. Na, auf geht's. Der Riese ist down, der Riese ist down. Auf geht's. Er ist down. Hier. So, how did we do? We did it. Ich habe es geschafft. Was ist das? Wie sind wir hier? Nein! Schau mal! Geh! Ich glaube, ich habe einen schweren Ort gefunden. Bereit? Mach es! Jetzt! Tja, und so besiegt man einen Riesen. Juhu! Null Punkte, weil ich so scheiße war. Aktionsbonus. Hm. Weil ich perfekt hatte, oder was kriege ich das jetzt alles? Was? Woah, jetzt was? Paradox ist dissipating. Was ist das? W- 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 Das war's für mich. Let's not waste time. 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 Let's not waste time.